Ich würde sagen, da rum und dann irgendwie die müssen wegschleißen. Ja, entweder. Ah, Christian, sehr gut. Aber der zieht nicht auf uns. Der zieht in eine andere Richtung. Jo, 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 hören wir. Wir kriegen von oben Beschuss, Christian, ne? Vom Hügel. Direkt aufm Mörser drauf, rechte Seite davon. Ja. Ja. Haben wir Leute im Wald? Ein Schleifer ist da von uns drin. Okay. Das ist sehr gut. Ja. Ich hab keine Ahnung, ich probiere einfach mal was. Schuss, schuss! Oh, Alter! Ja! Ach, warum kommt denn keiner nach? Ja! 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 Aber fút, das mit mir remmen. ! Ich höre! Natürlich! Das war die ganzen Zeit Land an. Wie Sie nach unten hat. Ich habe nicht mehr und kl així von Leser vor mir. Wir können ré�しieren. Ja? Ja. Sorry! Ich hör schon auf. Hab ich dich? Geht's dir gut? Geht's dir gut? Na ja. Ja? Die Oberläufe, die wird dick. Sorry. Aber hab nur deinen Kopf gesehen. Ja! Alles gut. Okay. Ich konnte noch nichts sagen, weil gerade... Ja, dann komm ich lieber vorbei und guck, ob alles okay ist. Gut, ich geh zurück. Back in! Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Vorab, hier ist einer, die die Welt bringt. Vorsicht, hat einer. Halt! Halt! Spend! Spend! Was ist denn da eure Palette? Direkt hier hinter den ersten Ball. Ja! Ja! Sorry! Ja! Da kommt nichts! Da kommt nichts raus bei dir! Was? Da kommt nichts raus! Wieso? Da kommt nichts an! Wie? Da kommt nichts an! Da kommt nichts an! Das war doch von ihm! Weil er sich jetzt einnimmt! Ich hätte ja auch nicht schießen können! Ich hätte ja getroffen, wenn da was rausgekommen wäre! Ich hätte ja getroffen, wenn da was rausgekommen wäre! Ich hätte nicht getroffen, wenn da was rausgekommen wäre! Ja, ist vorbei! Matze! Links! Hinterm Hügel! Ja! 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 Wir holen! Wir holen, DJ! Wir holen, DJ! Wir holen, DJ! aus, und wir holen, DJ! Wir holen, DJ!